Hallo, mein Name ist Werner Schulz. Ich komme aus Hamburg und mein Unternehmen heißt WS Dienstleistungen. Können Sie finden auf der Internetseite wsd.de. Ich habe vor ein Jahr die erste Exzenter Maschine gekauft. Da war ich so begeistert, dass wir so viel nur mit klarem Wasser machen können. Daraufhin habe ich die zweite gekauft. Dann habe ich gesehen, dass die Firma Exzenter eine Maschine in Pink hat. Davon habe ich gleich zwei gekauft. Die reinigen jetzt nur noch mit kaltem, klarem Wasser. Und mein Traum ist in diesem Jahr noch zwei große Exzenter zu kaufen. Wir haben Sporthallen in Hamburg zu reinigen. Die werden einmal im Jahr grundgereinigt. Und dann möchte ich drei Exzenter nebeneinander haben und will die Arbeitszeit um bis zu 70 Prozent verkürzen. Ich freue mich, dass ich Kunde sein darf bei Exzenter. Viele liebe Grüße.